Herzlich Willkommen! Ich bin in Erlangen-Büchenbach und zeige Ihnen eine Einzimmerwohnung mit großem Südbalkon und Tiefgaragenstellplatz. Die Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss einer kleinen Wohnanlage direkt am Main-Donau-Kanal. Durch die gepflegte Grünanlage kommt man zum Hauseingang. Die Wohnung ist frisch renoviert und sofort beziehbar. Im Flur- und Wohnbereich ist ein Laminatboden im gekalkten Eichendesign verlegt. Der große Balkon geht nach Süden mit Blick ins Grüne. Im Wohnbereich sind die Anschlüsse für eine Küche vorhanden. Das neue Bad ist mit Dusche, Waschbecken, WC und Waschmaschinenanschluss ausgestattet. Zur Wohnung gehört ein Kellerabteil. Der Gemeinschaft steht ein Fahrradraum zur Verfügung. Mitverkauft wird der zur Wohnung gehörende Tiefgaragenstellplatz. Es handelt sich um einen oben gelegenen Duplexparker, der gerade befahrbar ist. Direkt neben der Wohnanlage ist ein kleiner Edeka-Markt, ein Bäcker, Friseur, Hörgeräte laden und eine Tankstelle angesiedelt. Über den Büchenbacher Steg kommt man zu Fuß oder mit dem Rad auf die andere Seite des Kanals Richtung Zentrum. Der an der Rückseite der Wohnanlage verlaufende Maidonau-Kanal lädt zum Joggen, Radfahren oder zu einem Spaziergang ein. Die Bushaltestelle ist direkt vor Ihrer Haustüre. Herzlichen Dank für Ihr Interesse! Untertitelung des ZDF für funk, 2017